Es ist ein tränenreiches Wiedersehen. Vor neun Monaten verschwand die 59-jährige Thailänderin links im Bild plötzlich. Nun ist sie wieder mit ihrer Tochter vereint. Die demente Frau gibt an, zunächst ihren Sohn besucht zu haben und dann immer weitergelaufen zu sein. An Marktständen habe sie nach Essen gefragt. Insgesamt verlor sie 20 Kilo Körpergewicht. Wiedergefunden wurde die Frau Ende Januar im Süden Chinas. Was sie in den vergangenen Monaten getan hat, ist unklar. Da Thailand keine Grenze zu China hat, muss sie entweder Myanmar oder Laos durchquert haben.